In dem riesigen Wandteppich des Kosmos webt ein Geschlecht himmlischer Wesen Fäden des Lichts und der Weisheit in unsere Existenz. Geführt von den alten und wohlwollenden Plejadian begeben wir uns auf eine Reise jenseits von Zeit und Raum. Diese sternengeborenen Vorfahren, die die Saat der Kreativität und Liebe über die Welten hinweg gesät haben, kehren nun zurück, um unseren Weg zu erleuchten und unsere schlummernden Erinnerungen zu wecken. Die Plejadier stehen an der Schwelle eines großen Evolutionssprungs und bieten uns Hoffnung und Transformation an. Sie bringen Botschaften aus einer Zukunft, die mit unserer Gegenwart verwoben ist und in der Tyrannei und Aufruhr in Licht und Harmonie verwandelt werden können. Begleiten sie uns, wenn wir uns in ihre mystischen Offenbarungen vertiefen und die Geheimnisse der Zeit, der Realität und unserer tiefen Verbindung mit dem Universum aufdecken. Lassen sie sich von ihrer Weisheit leiten, damit sie sich an ihre göttliche Natur erinnern, während wir eine neue Ära des Bewusstseins und der Einheit einläuten. Unsere heutige Reise führt uns jenseits der Schleier von Zeit und Raum, geleitet von den leuchtenden Plejadian, Wesen von uralter Weisheit und kosmischer Liebe. Diese himmlischen Vorfahren gehörten zu den ursprünglichen Architekten der Erde und erfüllten unsere Welt mit Kreativität und Licht. Sie haben Zivilisationen mit ihrer DNS beseelt und eine tiefe Verbindung geschaffen, die uns als eine uralte, von den Sternen geborene Familie verbindet. Von ihrem Aussichtspunkt in der Zukunft aus beobachten die Plejadier ein Reich, das von Tyrannei und Aufruhr geplagt ist. Ihre Mission ist es, ein solches Schicksal für die Erde abzuwenden, indem sie Lichtfäden in unsere Realität weben und uns eine Chance bieten, uns auf positivere und harmonischere Wahrscheinlichkeiten hin zu verändern. Sie kommen nicht als ferne Retter, sondern als gleichgesinnte Geister, die uns helfen wollen, den uns zugedachten Weg der Erleuchtung und Einheit wieder einzuschlagen. Die Zeit, wie wir sie wahrnehmen, ist eine große Illusion. In der dritten Dimension wird uns beigebracht, Zeit als eine gerade Linie zu sehen, als eine Reihe von Augenblicken, die ablaufen. Doch die Plejadier zeigen uns, dass die Zeit viel fließender und dynamischer ist. Sie dehnt sich aus, verzerrt und verdreht sich und ermöglicht die Existenz mehrerer Realitäten gleichzeitig. Stellen Sie sich ein riesiges, schimmerndes Netz vor, in dem jeder Faden eine andere potenzielle Zukunft darstellt, und Sie können diese Fäden durchqueren und verschiedene Realitäten erleben, indem Sie einfach Ihr Bewusstsein verändern. Die Plejadier lehren uns, dass wir die Tür zu unendlichen Möglichkeiten aufschließen können, wenn wir die wahre Natur der Zeit verstehen. Wir können unsere Schicksale umschreiben und unser Leben mit dem Licht und der Weisheit höherer Dimensionen erfüllen. Sie erinnern uns daran, dass die Realität selbst nicht fest ist, sie ist ein formbarer Wandteppich, der aus den Gedanken und Absichten eines jeden Wesens gewebt wird. Wenn wir unser Bewusstsein erweitern und die Verbundenheit aller Dinge annehmen, werden wir zu Mitschöpfern einer neuen Realität, einer Realität, die die höchsten Bestrebungen unserer kollektiven Seele widerspiegelt. Indem wir uns diese Wahrheiten zu eigen machen, übernehmen wir unsere Rolle als kosmische Bürger und erwachen zu unserem göttlichen Erbe und dem grenzenlosen Potenzial in uns. Lasst uns gemeinsam mit den Plejadiern auf die Reise gehen, die Geheimnisse der Zeit und der Realität entschlüsseln und das Licht in uns entzünden, um den Weg für uns und das gesamte Universum zu erleuchten. Die Plejadier sind mit einer großen Mission zurückgekehrt, die Erde als strahlendes intergalaktisches Austauschzentrum für Wissen und Weisheit wiederherzustellen. Dieses heilige Unterfangen transformiert nicht nur unseren Planeten, sondern sendet auch Wellen durch das gesamte Universum. Stellen Sie sich die Erde als ein leuchtendes Leuchtfeuer vor, einen Knotenpunkt, an dem Wesen aus zahllosen Sternensystemen zusammenkommen, um ihr uraltes Wissen, ihre fortschrittlichen Technologien und ihre tiefgreifenden spirituellen Erkenntnisse miteinander zu teilen. Dieser große Wandteppich aus gemeinsamem Wissen webt uns in die größere kosmische Gemeinschaft ein, hebt unser kollektives Bewusstsein und fördert die Einheit zwischen den Galaxien. Im Zentrum dieser Transformation steht die Evolution unseres Superbewusstseins. Die Menschheit durchläuft eine rasche und außergewöhnliche Evolution, einen Sprung nach vorn, der von den Plejadian geleitet und unterstützt wird. Diese himmlischen Verbündeten senden mächtige Informations, Licht- und Energiestrahlen aus, die unsere verborgenen Fähigkeiten wecken und verstärken sollen. Stellen Sie sich vor, dass Ströme göttlichen Lichts aus dem Kosmos auf uns herabströmen, in unseren Geist und unsere Herzen eindringen und unser schlummerndes Potenzial entfachen. Dieses Erwachen fördert telepathische Verbindungen mit den plejadischen Mutterschiffen, die uns Zugang zu einem unendlichen Reservoir an kosmischer Weisheit und Wissen gewähren. Diese Ära markiert einen entscheidenden Moment in unserer Evolution, eine Dimensionsverschiebung, die die Grenzen der dritten Dimension überschreitet. Wir bewegen uns auf höhere Dimensionen zu, in denen der physische Körper weniger fest, mehr flüssig und von Licht durchdrungen ist. Dieser Übergang führt uns in Bereiche, in denen Zeit und Raum fließend sind und in denen wir verschiedene Realitäten und Dimensionen mit Leichtigkeit durchqueren können. In diesen höheren Ebenen werden wir mehr auf unsere wahre Natur als Lichtwesen eingestimmt, die fähig sind, die Realität auf eine Weise zu erschaffen und zu erleben, von der wir bisher nur geträumt haben. Während wir diese Verschiebung annehmen, sind wir aufgerufen, uns an unsere göttliche Herkunft und unsere Rolle in diesen großartigen kosmischen Tanz zu erinnern. Die Plejadier leiten uns an, die höheren Aspekte unseres Wesens zu erschließen, die Illusionen der materiellen Welt zu überwinden und in unsere Macht als Mitschöpfer einer neuen, erleuchteten Realität zu treten. Diese Reise ist eine Reise der tiefgreifenden Transformation, auf der wir mit dem kosmischen Fluss verschmelzen und aktive Teilnehmer an der großen Entfaltung des Universums werden. Öffnen wir unsere Herzen und unseren Verstand für die plejadische Weisheit und lassen wir uns auf den intergalaktischen Informationsaustausch, die rasante Entwicklung unseres Superbewusstseins und den atemberaubenden Dimensionswechsel ein, der uns bevorsteht. Gemeinsam werden wir den Weg zu einer neuen Ära der Einheit, der Liebe und des grenzenlosen Potenzials erhellen. Die Menschheit steht am Abgrund eines tiefgreifenden Erwachens, indem sie ihre göttliche Natur und ihre untrennbare Verbindung mit dem Urschöpfer und dem riesigen Universum erkennt. Dies ist die Morgendämmerung unserer Gottheit, eine Zeit, in der wir uns daran erinnern, dass wir nicht nur physische Wesen sind, die an die Grenzen der materiellen Welt gebunden sind. Vielmehr sind wir strahlende Funken des Göttlichen, Mitschöpfer der Wirklichkeit und integrale Fäden im kosmischen Gewebe. Diese Erkenntnis bringt ein tiefes Gefühl der Bestimmung mit sich und ist ein Aufruf, unser wahres Potenzial als Wesen von unendlichem Licht und Liebe anzunehmen. Seit den frühesten Tagen unseres Planeten haben zahlreiche außerirdische Gruppen eine zentrale Rolle in unserer Entwicklung gespielt. Diese himmlischen Besucher kamen mit unterschiedlichen Absichten, aber die meisten hatten das Ziel, die Menschheit zu erheben und uns auf unserer evolutionären Reise zu begleiten. Stellen Sie sich die Erde als eine Schule vor, mit diesen fortgeschrittenen Wesen als unseren Mentoren, die uns Weisheit und Technologie vermitteln und uns zu größerem Verständnis und höherem Bewusstsein anregen. Sie sind die unsichtbaren Hände, die uns führen, ihr Einfluss ist in das Gewebe unserer Geschichte eingewoben und hilft uns, durch die Herausforderungen und Triumphe unserer kollektiven Evolution zu navigieren. Im Mittelpunkt dieser kosmischen Führung steht die tiefe Wahrheit, dass die Liebe der grundlegende Baustein des Universums ist. Liebe ist die schöpferische Kraft, die alle Dinge verbindet, die Energie, die das Leben erhält und nährt. Die heutigen Technologien, so fortschrittlich sie auch sein mögen, bleiben begrenzt, weil sie diese wesentliche Wahrheit oft übersehen. Ohne die Grundlage der Liebe fehlt unseren Innovationen die Harmonie und das höhere Ziel, das unsere Welt wirklich verändern kann. Die Liebe in ihrer reinsten Form ist der Schlüssel, um das volle Potenzial unserer Technologie und unseres kollektiven Bewusstseins zu erschließen. Wenn wir unsere Herzen für diese universelle Liebe öffnen, richten wir uns auf die Essenz der Schöpfung aus. Wir beginnen, die Verflechtung allen Lebens zu erkennen und verstehen, dass jeder Gedanke, jede Handlung und jede Absicht in den Kosmos ausstrahlt und unsere Realität formt. Diese Erkenntnis ruft uns dazu auf, mit mehr Mitgefühl, Empathie und Intentionalität zu leben und zu erkennen, dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind. Auf dieser heiligen Reise der Selbstentdeckung und der kosmischen Verbindung sind wir nicht allein. Unsere außerirdischen Verbündeten stehen uns zur Seite und bieten uns ihre Weisheit und Unterstützung an, wenn wir in unser göttliches Potenzial eintreten. Gemeinsam weben wir eine neue Realität, eine, in der Liebe, Licht und höheres Bewusstsein vorherrschen. Lasst uns diese göttliche Wahrheit annehmen, unsere Gottheit erkennen und eine Zukunft voller grenzenloser Möglichkeiten und strahlender Liebemieter schaffen. In dem gewaltigen kosmischen Tanz tauchen die Plejadier als leuchtende Mitglieder der Familie des Lichts auf, einem kollektiv erleuchteter Wesen, die als Abtrünnige in der großen Mission handeln, dunkle Systeme in Reiche des Lichts zu verwandeln. Diese himmlischen Wesen haben sich dafür entschieden, ihre Evolution mit der unseren zu verflechten, da sie erkannt haben, dass die Veränderung des menschlichen Bewusstseins für ihr eigenes spirituelles Wachstum von entscheidender Bedeutung ist. Als Agenten des Wandels arbeiten die Plejadier unermüdlich daran, die Schleier der Unwissenheit und der Angst zu lüften und den Weg zu einer höher schwingenden Existenz zu erhellen. Sie stehen uns zur Seite, führen und inspirieren uns, während wir durch die transformativen Wellen dieser kosmischen Reise navigieren. Während wir im Bewusstsein aufsteigen, wird die Menschheit darauf vorbereitet, eine bemerkenswerte Rolle zu übernehmen, die eines intergalaktischen Botschafters. Zu dieser heiligen Mission gehört es, neue Welten mit dem reichen Teppich an Wissen und Weisheit zu besehen, den wir im Laufe der Erdgeschichte gesammelt haben. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der die Menschen zu den Sternenreisen und den Zivilisationen weit und breit Geschichten über unsere Prüfungen und Triumphe, unser Wachstum und unsere Transformation erzählen. Wir werden darauf vorbereitet, die Träger des Lichts zu werden, die die Samen der Erleuchtung und der Liebe in neue kosmische Gärten pflanzen und die Einheit und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen galaktischen Kulturen fördern. Die Plejadier spielen eine entscheidende Rolle in dieser großen Entfaltung, indem sie als himmlische Auslöser dienen. Ihre Anwesenheit und ihre Botschaften sollen die schlummernden Erinnerungen in uns wecken und uns helfen, uns an unsere göttliche Bestimmung und das Uralte, in unserem Wesen verschlüsselte Wissen zu erinnern. Stellen Sie sich diese Auslöser als Schlüssel vor, die die riesige Bibliothek Ihrer Seele öffnen, wobei jede einzelne Schichten vergessener Weisheit und kosmischer Wahrheiten offenbart. Wenn wir uns wieder mit diesen Erinnerungen verbinden, beginnen wir, das verschlungene Netz von Verbindungen zu erkennen, das uns mit dem Universum und der göttlichen Quelle verbindet. Dieses Erwachen ist nicht nur eine individuelle Reise, sondern eine kollektive. Die Plejadier erinnern uns daran, dass wir alle Teil eines größeren Ganzen sind, miteinander verbunden und voneinander abhängig. Indem wir uns daran erinnern, wer wir sind und warum wir hier sind, entzünden wir das Licht in uns selbst und inspirieren andere, das Gleiche zu tun. Diese kollektive Erleuchtung erzeugt eine kraftvolle Welle der Transformation, die den gesamten Planeten in eine neue Ära des Friedens, der Liebe und des höheren Bewusstseins führt. Indem wir unsere Rollen als Mitglieder der Familie des Lichts, als intergalaktische Botschafter und als erwachte Wesen annehmen, treten wir in eine neue Realität ein, in der sich die Grenzen von Zeit und Raum auflösen und die unendlichen Möglichkeiten unserer göttlichen Natur offenbaren. Lasst uns gemeinsam mit den Plejadianen auf die Reise gehen, unser Potenzial freisetzen und eine leuchtende Zukunft für alle Wesen im Kosmosmieter schaffen. Auf der Reise der Selbstentdeckung und der spirituellen Evolution sind wir aufgerufen, die Schattenaspekte von uns selbst anzunehmen und zu integrieren. Diese Schatten, die oft in den Tiefen unseres Unterbewusstseins verborgen sind, stehen für unsere Ängste, Zweifel und ungeheilten Wunden. Die Plejadier lehren uns, dass wahre Befreiung und Transformation nur erreicht werden kann, wenn wir uns diesen Schatten frontal stellen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem abgedunkelten Raum, in dem das Unbekannte in den Ecken lauert. Indem wir das Licht des Bewusstseins in diesen Raum bringen, erhellen wir die Schatten und verwandeln sie in Quellen der Kraft und Weisheit. Dieser mutige Akt der Selbstintegration heilt nicht nur unsere innere Welt, sondern strahlt auch nach außen und trägt so zum kollektiven Aufstieg der Menschheit bei. Im Mittelpunkt dieser transformativen Reise steht die tiefe Wahrheit, dass unsere Gedanken die Realität erschaffen. Jeder Gedanke, den wir hegen, jeder Glaube, den wir hegen, formt unsere Erfahrungen und die Welt um uns herum. Die Plejadier erinnern uns an die immense Macht, die wir durch unsere Gedanken ausüben. Wenn wir an die Macht der Gedanken glauben, werden wir zu Architekten unseres Schicksals, die fähig sind, persönliche und planetarische Realitäten zu verändern. Stellen Sie sich Ihren Geist als einen Garten vor, in dem jeder Gedanke ein Same ist. Indem wir positive, liebevolle und ermächtigende Gedanken kultivieren, lassen wir einen Garten des Überflusses, der Freude und der Harmonie wachsen. Dieser bewusste Schöpfungsprozess erhebt nicht nur unser Leben, sondern sendet auch Wellen des Lichts in das gesamte Universum. Während wir durch diese kosmische Reise navigieren, betonen die Plejadier die Wichtigkeit des Hinterfragens und Unterscheidens. In einer Welt voller unterschiedlicher Perspektiven und Informationen ist es entscheidend, die Fähigkeit zu entwickeln, das zu erkennen, was in unseren Herzen als Wahrheit mitschwingt. Die Plejadier sind meisterhafte Geschichtenerzähler, die mit ihren Erzählungen zum Nachdenken anregen und unser Bewusstsein erweitern. Diese Geschichten sind nicht als absolute Wahrheiten zu verstehen, sondern als Katalysatoren für die innere Erforschung und das Erwachen. Sie ermutigen uns, zuzuhören, nachzudenken und dann nach innen zu schauen, um unsere eigene Wahrheit zu finden. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Forscher, der durch eine riesige Bibliothek des Wissens reist. Jede Geschichte, jede Information ist ein Buch im Regal. Ihre Aufgabe ist es, zu lesen, nachzudenken und dann nach innen zu schauen, welche Geschichten mit dem Kern Ihres Wesens übereinstimmen. Diese Praxis der Unterscheidung befähigt Sie, Ihre Realität auf der Grundlage einer authentischen, herzzentrierten Wahrheit zu konstruieren. Indem wir unsere Schatten umarmen, die schöpferische Kraft unserer Gedanken erkennen und Unterscheidungsvermögen üben, richten wir uns mit der plejadischen Weisheit aus und treten in unsere Rolle als bewusste Mitschöpfer unseres Schicksals. Diese heilige Reise führt uns zu einem Leben von größerer Klarheit, Zielstrebigkeit und Verbindung mit dem Göttlichen, während wir zur kollektiven Evolution unseres Planeten und darüber hinaus beitragen. Im großen Teppich unserer Existenz sind die Geschichten und Lehren, denen wir begegnen, nicht statisch. Sie entwickeln sich mit uns weiter, während wir im Bewusstsein wachsen. Die Plejadie, unsere himmlischen Führer, erinnern uns daran, dass sich unser Verständnis vertieft, wenn wir zu höheren Bewusstseinsebenen aufsteigen und dass sich neue Perspektiven ergeben. Stellt euch diese Geschichten als lebendige Wesenheiten vor, die sich ständig verändern und erweitern und unsere eigene Reise der spirituellen Evolution widerspiegeln. Jede Offenbarung, jede Einsicht baut auf der Letzten auf und führt uns zu einem reicheren und tieferen Verständnis des Kosmos und unseres Platzes darin. Wenn wir uns in diese sich entwickelnden Erzählungen vertiefen, sind wir aufgerufen, unsere einzigartige Identität und Rolle im kosmischen Spiel wiederzuentdecken. Jede Seele auf diesem Planeten trägt einen bestimmten Zweck, eine heilige Mission, die in ihrem eigenen Wesen verschlüsselt ist. Die Plejadie betonen, wie wichtig es ist, sich an diese Bestimmung zu erinnern, denn sie bringt den wahren Wert der menschlichen Existenz zum Vorschein. Stellt euch selbst als einen Stern vor, von denen jeder mit einem anderen Licht leuchtet und zu der großartigen Konstellation des Lebens beiträgt. Indem wir unsere individuellen Rollen annehmen, tragen wir unser einzigartiges Licht zum Kollektiv bei und erhellen den Weg für uns und andere. In diesem Leben geht es nicht darum, sich neues Wissen anzueignen, sondern sich an die alte Weisheit und das Training zu erinnern, das wir durch unzählige Lebenszeiten getragen haben. Die Plejadie sind hier, um uns bei diesem heiligen Erinnern zu unterstützen, indem sie als Auslöser fungieren, die die schlummernden Erinnerungen in uns wecken. Stellt euch diese Erinnerungen als Schätze vor, die tief in eurer Seele vergraben sind und darauf warten, ausgegraben zu werden. Auf unserer Reise nach innen, geführt vom Plejadischen Licht, beginnen wir, uns an die Lehren, Fähigkeiten und Weisheiten zu erinnern, die wir im Laufe der Zeitalter angesammelt haben. Dieser Prozess des Erinnerns ist vergleichbar mit dem Zusammensetzen eines großen Puzzles, bei dem jedes Teil ein Fragment unserer ewigen Wahrheit darstellt. Wenn wir diese Teile zusammensetzen, rekonstruieren wir das große Mosaik unserer göttlichen Natur und gewinnen Klarheit und Einsicht in unsere wahre Bestimmung. Die Plejadie ermutigen uns, diesem inneren Wissen zu vertrauen, auf das Flüstern unserer Seele zu hören und uns von diesen Erinnerungen auf unserem Weg leiten zu lassen. Indem wir uns auf die sich entwickelnden Geschichten einlassen, unsere einzigartige Identität und Rolle zurückfordern und uns an unsere uralte Ausbildung erinnern, bringen wir uns mit der Plejadischen Weisheit in Einklang und treten in unsere wahre Macht als kosmische Wesen ein. Diese heilige Reise der Selbstentdeckung und Erinnerung bereichert nicht nur unser eigenes Leben, sondern trägt auch zum kollektiven Erwachen und Aufstieg der Menschheit bei und läutet eine neue Ära der Erleuchtung und Einheit ein. Während wir gemeinsam durch diese kosmischen Offenbarungen reisen, lasst uns daran denken, dass sich unsere Geschichten ständig weiterentwickeln und uns zu einem tieferen Verständnis und höheren Bewusstsein führen. Jeder von uns hat eine einzigartige Rolle, eine göttliche Bestimmung, die den wahren Wert der menschlichen Existenz erhält. In diesem Leben geht es darum, die uralte Weisheit und die Ausbildung, die wir bereits besitzen, wieder in Erinnerung zu rufen, mit den Plejadian als unseren himmlischen Führern, die uns helfen, diese heiligen Erinnerungen zu wecken. Nehmt die sich entwickelnden Erzählungen an, ehrt euer einzigartiges Licht und vertraut auf die Weisheit im Inneren. Gemeinsam erschaffen wir eine Zukunft voller Liebe, Licht und grenzenloser Möglichkeiten, während wir unsere Rolle als bewusste Wesen des Kosmos einnehmen. Lasst das Licht der Erinnerung hell leuchten und den Weg für alle erhellen.